Alle, alle, gegen den Faschismus! Liebe Freundinnen und Freunde der Demokratie, ich kann mich den Worten von Tino nur anschließen. Ich bin überwältigt, das Blick, wirklich die Aussicht von Kölner Straße über den Konrad-Adelt-Sauer-Platz ist wirklich ein ganz, ganz starkes Zeichen. Danke dafür! Nie wieder Nationalsozialismus, nie wieder Rassismus, nie wieder Hass, nie wieder Unterdrückung, nie wieder. Das ist nicht Geschichte, das ist leider aktuell. Wir brauchen in diesen Tagen und in diesen Jahren Verfassungsschutz und zwar durch die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist das, was ihr heute hier zeigt. Das ist gelebter Verfassungsschutz. Alle, alle, gegen den Faschismus! Alle, alle, gegen den Faschismus! Alle, alle, gegen den Faschismus! Alle, alle, gegen den Faschismus!